So, ist das hier abgelegen genug? Ups Hä? Ja Ist das abgelegen genug? Ja Ja? 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 Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird das nicht so richtig wie ich will. Hm. Warum geht das nicht? Ach. Das muss ja erstmal stehen, sagst du das doch. Pff. Wir haben ein Wagen. Wir haben ein Wagen. Wir haben ein Wagen. Wir haben ein Wagen. Ich bin ein Hammer. Ach. Alter. Das Ding geht ja richtig. So. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. diese hier und her fahrt voll scharf kurbel scharf links schneide ich diese raus die dinge hier ich weiß es gar nicht diese fahrten zwischendurch sind ja relativ lahm oder da machen wir ein bisschen action draus indem ich mich einfach so hinstellen guck mal da läuft irgendwas von kaskade gut dass ich die musik ausgemacht habe ich jesus na Ich klaue den Müllwagen, ach so, ich bin ja schon. Den Müllwagen klauen, da sind wir, da sind wir gut drin. Hey, höre auf Funkquirt zu fahren. Der hat mir eine reingeboxt und mich ausgeschmissen. Zwei Sterne. Wie soll ich den Müllwagen denn zwei Sterne entfernen? Ja, natürlich. Oh Gott, ist die Steuerung scheiße. Wie viel Munition habe ich? Ich hoffe genug. Karmus, stop your vehicle! LFVD, stop your vehicle immediately! Schau mal! Da ist schon wieder einer. Oh, ist der schleppend lahm, ey. Damit kommst du über keine Kurve. Das hinkbelle ich dir überhaupt erst ab. Mal kommen wir bis hier glatt. Das müsste jetzt eigentlich gehen hier, ne? Ah ja, cool. Rehe durch. Ja, sehr gut. Ja, ups. Wir haben den Müllwagen. Dann können wir den hier eigentlich zurückführen. Also im Moment ist das gerade nur so ein bisschen hin und her fahren. Ja. Und dann... Tom, 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 Tom. Rapp. Rapp. Ach, ist das Ding lahmarschig, ey. Wozu brauchen die Müllwagen? Da freu ich mich jetzt. Rapp. Rapp. Ist einfach draußen. Yeah. Sanitation trucks there now. So, dann gehen wir mal dahin. Zu Barry. Mal gucken, was der von uns will. Schön, dass auch immer... Schön, dass auch immer ein Wagen bereit steht für uns. Tschüss. Das ist wirklich alles an Licht, was er hat. Alter. Die Wolken sind sehr, sehr gut detailliert. Boah. Ist das gehört? Ist irgendwas explodiert? Oder? Ich werde das jetzt auf, wenn ich dich wäre! Hör mir, du! Ich bin sicher, es ist sicher. Mann, geh weg von mir. Wow! Was ist das Problem? Drauf! Drei Overwalls! Hast du auch noch etwas liegen lassen? Weiß ich mir nicht. Gut, egal. Jedenfalls ist er tot. Overwalls? Knack. Ich glaub so Arbeits-Overwalls, ne? All I ever wanted to do was sell firearms. Gut, für das Amulation. Bestanden. Bestanden. Cool, vereinte Farben, also alle Farben. Auf Wiedersehen. Musik 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 Musik